Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ich will Fegelein sehen! Zofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Orpotonist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Zofort! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schmarratzen. Es ist mein Wille! Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte.